Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft im Modpack Attack of the B Team. Ja und wir waren das letzte Mal auf der Suche nach Copperohr und na generell mal nach Höhler. Ah Höhler, Junge. Eine Höhle, Mann. Und die haben schon... Du hast einen lustigen Hut, gib mir den. Weg, weg. Du hast auch einen lustigen Hut. Gib mir den. Gib mir deinen Hut. Ja. Weg, weg. Weg. So, auf jeden Fall. Wir wollen jetzt nicht nur Hüte sammeln, aber ich würde ihn gerne aufsetzen. Wie sieht denn das aus? Das würde ich sehen. F5. Sieht eigentlich recht gängig aus, ne? Eigentlich... recht gängig. Da ist ein Battle Tower. Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen meiden wir die Dinger jetzt. Und ich glaube, mit unserer Rüstung, die wir aktuell haben, können wir da nicht... sehr viel ausrichten. So... Hier wird's doch wohl... Irgendwo... Hallo. So richtig korrekte Bäume, gelben Jüngel. Lol. Das hat wehgemacht. Gibt's hier was Besonderes? Na, wie immer nicht. Wieso sollte es denn auch? Ach, Mann. Wieso? Ey, das sieht ja wirklich schon komisch aus. Voll der... Voll der Cut hier in der Landschaft. Bist'n du... Roo... Was man hat, hat man. Äh... Äh... Ich hab doch... Cobblest... Stone mit. So... Aluminium... Minimum-Ohr. So. Da haben wir doch schon mal... Aluminium. Das finde ich doch schon mal sehr, sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Ich hab'n... Ich hab'n... Ah! Der hatte so ein lustigen Hut. Ich hab' da... Bitt ich schon mal... Ganz, 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 ganz viel für mich. Für mich. Oh, das ist ganz viel für mich. Leute, gibt's dich. Weizen, wei. Nein. Das wäre jetzt sehr unpraktisch gewesen. Hätte ja da was gesporen. Muss ich sagen. So. Ashstone. What the fact. Da muss ich mich jetzt. Das mal aber nachdem ich Holz gesammelt haben. Denn wie wir alle wissen. So, ich fange. Hier an. Silberohr. Silberohr. Ich hab gedacht, lässt man das Fenster offen, weißt du, oder mir, du müssen frische Luft in der Bude hast, aber dann kommt sowas. Naja. Was willst du machen? Guck mal, wer sucht, der findet auch Kopperohr. Wer sucht, der findet auch Kohle. Das altbekannte Problem mit der Kohle. Sollten wir hier nicht mehr haben. Hoff ich. Aber wir haben ja jetzt hier ein riesen Vorkommen gerade gefunden an Erzen. Alter, hört das überhaupt mal auf? Gut, da hat's jetzt aufgehört in die Richtung. Ah, da ist schon die neue. Alter. So viele Erze. Ich übertreib doch gleich mal. Damit kann ich mich ja eindecken. Alt-Schwede. Das ist Hammer. Ich gebe mal ein bisschen Licht. Mal so eine Frage. Bringt mir das was, wenn ich das Zeug, äh, wenn ich dann irgendwann den Pulverizer hab, das man den Pulverizer schmeißt? Alter. Übertreib's nicht mit den Erzen. Ich mein, ich hab ja nichts gegen Erze, aber hier, da findest du gleich. Habe ich überhaupt schon erwähnt, dass ich hier ganz schön viele Rohstoffe hab? Darf's aber nicht sterben, ne? Ah, da bist du gefickt. Gut. Ach, falscher. Oh, ich werd hier irgendwann noch kaputt gehen. Gut, ich hab noch eine Mitte ab. Jetzt reicht's. Ich war auf der Suche nach Copper und ich baue hier alles mögliche ab. Komm. Okay. Also, Redstone-Probleme sind gerade so gelöst worden. Muss ich mal so sagen. Ja, Licht wäre hier schon angebracht. Wisst ihr, was mir aber aufgefallen ist? Ich hab bis jetzt... Ich hab bis jetzt... Keinen Mob gesehen. Jun... 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 My business... business okay genug ärzte hier unten raus alter schwede gut das war ich schon nicht das war nicht und das war jetzt recht nicht jetzt weiß ich wieso ich das auf das ja gestellt hast du dich Alter. Uhuhu. Falsche Seite. Alter. Nein, nein, nein. Lass mich. Das nenne ich mal sehr, sehr, sehr geil. So. Alter, wo kamst du, Wichser, denn her? Habe ich eigentlich schon umgewandelt? Nein, natürlich nicht. Hä? Hä? Komm her. Kommst du hier, Wichser. Kommst du hier, Wichser. Eh? Kommst du hier. Kommst du hier. Kommst du hier. Kommst du hier. Ich höre nix! 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 Hi! Alter! Alter! Da sind wir ganz schlau! Oh klar! Oh wie immer nix drinnen in der Bude, weißt du? Nix! Nix in der Bude drinnen! Nix in der Bude drinnen! Nix in der Bude drinnen! Dann kann man jetzt hier hochkrabbeln! Ohohohoho! Geil! 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 Ich bin eine Spinge! Ich bin eine Spinge! Und an der Stelle würde ich sagen, das war's wie immer. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao!